Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutelah und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren und zwar geht es heute wieder ins Gold-Tagebuch. Wir wollen wieder schauen, was ich die letzte Woche so an Gold erwirtschaftet habe. Und diesmal befinde ich mich an einer anderen Stelle, ich stehe nicht in Oribos rum. Und warum das so ist, werde ich euch gleich mal erklären. Und zwar habe ich, in Anführungszeichen rausgefunden, ist jetzt zu viel gesagt, aber gesehen gehabt, dass wir hier bei den NPCs die verschiedenen Berufsmats deutlich günstiger kriegen. Und zwar hier nicht für 125 Gold, sondern für 100 Gold. Das mag jetzt sich noch nicht viel anhören, aber ich brauche halt tausende von den Teilen. Und im Laufe der Zeit macht es halt, ja ich habe mir das mal durchgerechnet, das macht 1-2 Millionen Gold, hätte ich damit mehr machen können, wenn ich die Sachen hier gekauft hätte. Gut, man muss halt den Ruf haben, bei der Fraktion hier im Adenwald. Aber dennoch ist das eine Sache, wo man sich gut was sparen kann, wenn man viel craftet. Und das bereue ich so ein bisschen, dass ich das nicht früher gecheckt habe. Und der hat halt unter anderem auch hier diesen Fluxus. Also das macht tatsächlich Sinn, dann hier die Sachen zu craften und ich kann auch das Zeug an den Twink schicken. Es gibt nämlich auch Leute, die diese Sachen im Auktionshaus verkaufen. Ich habe mich schon gewundert, warum die in Massen quasi hier im Auktionshaus günstiger verkauft werden. Das können wir mal reinschauen. Warte mal, ich poste mir das mal kurz raus. Die Splitter, die sind für 116 drin und zwar relativ viele. Wenn du die natürlich für 125 kaufst, machst du Verlust. Aber wenn du es für 100 kaufst, 116 verkaufst und du da viel verkaufst, selbst mit den 5% Marge abgezogen, bist du dann auch im Plusbereich. Da hast du 10, 12 Gold plus mit jedem Item. Und wenn du da ein paar Tausend verkaufst, machst du sogar noch ein bisschen Gold. So, um das soll es jetzt aber nicht gehen, sondern um das Gold, was wir in der Woche gemacht haben. Ich habe ein paar Sachen angegangen und zwar bin ich ja zweierlei Sachen am Verkaufen. Und zwar einmal hier diese 168er Item und die Legendaries. Und ihr seht, ich habe fast alles für 2500 drin. Warum ist das so? Und zwar habe ich hier auf Antonidas leider eine Person, die einfach alle Items für 999 Gold reinhaut. Und bei manchen macht man dann noch 1, 200 Gold Gewinn, bei manchen macht man sogar Verlust. Und da ich keinen Bock habe, damit Verlust zu machen, habe ich jetzt bei TSM mir einen Minimumpreis von 250 reingesetzt. Und der haut die Items auch rein, selbst wenn einer für 100 Gold die Sachen drin hat. Egal, dann habe ich einen fixen Preis. Wenn ich was verkaufe, mache ich Gewinn. Und wenn ich nichts verkaufe, ist halt auch gut. Jetzt habe ich halt tatsächlich damit nicht mehr sonderlich viele Verkäufe. Aber ich habe halt nur noch Verkäufe, wo ich Gewinn mache. Bei den anderen Sachen habe ich teilweise Verluste. Ich weiß nicht, was das für ein Spacken ist. Man muss es leider so sagen. Ich habe mich mit ein paar anderen hier auf Antonidas auch schon beraten. Ich habe nämlich einmal am Montag direkt einen Reset gemacht. Ich habe alles aus dem Auktionshaus rausgekauft und alles auf 10.000 gestellt. Und am nächsten Morgen habe ich gesehen, der Typ ist von den ganzen Sachen, die ich auf 10.000 hatte, einfach wieder auf 999 runtergegangen. Mit allen Items. Wo ich mir denke, was ist mit dir? Der will halt selber kein Gold machen, der will halt einfach nur den Markt kaputt machen. Deswegen bin ich jetzt auf 2.500 hochgegangen. Habe einfach alle Fixpreis drin. Denn ihr seht, alle Items, außer die paar hier, sind anscheinend günstiger im Auktionshaus. Aber, da immer wieder verschiedene Stats auch gefragt sind, verkaufe ich tatsächlich trotzdem ein paar Items. Ich habe jetzt über die Woche 250 Items verkauft. Das ist jetzt nicht viel. Man hätte wahrscheinlich, wenn ich jetzt den anderen Typen ständig unterboten hätte, 1.000 Items verkaufen können. Hätte aber mit sehr vielen Items Verlust gemacht. Dann habe ich einfach keinen Bock drauf. Deswegen mache ich es jetzt halt quasi auf die Tour. Aber, das hier ist eher noch der kleinere Teil mit dem anderen, also mit dem Monk hier. Mein großes Gold mache ich über die Legendaries. Und da kann ich euch gleich schon mal zeigen, haben wir 650 Verkäufe. Auf der ersten Seite sind es 4 Millionen. Ich schätze mal, im Schnitt habe ich auf jeder Seite so 3 bis 4 Millionen. Also, ja, ich vermute so ein bis zwei Goldcaps sind hier in der Kiste drin. Dann sind das natürlich, was ich hier mit diesen blauen Items mache. Auf dem Tink sind halt einfach Peanuts dagegen, wisst ihr. Also, das ist nicht das große Gold. Dass mir da der eine den Markt kaputt macht, ist ärgerlich. Aber, ja, ich mache mein Gold auf andere Wege. Und so muss man immer auch ein bisschen flexibel bleiben. Selbst wenn jetzt der Legendary-Markt kaputt geht, muss man sich halt einen anderen Marktsuch ein bisschen ausweichen und da gucken. So mache ich das immer. Also, man kann nicht immer nur eine Geschichte bis zum Ende der Expansion durchziehen, sondern muss ein bisschen flexibel sein. Gut, ich würde sagen, wir nehmen jetzt das Gold raus. Ich habe einmal hier schon resettet, beziehungsweise bevor wir das machen, schauen wir noch auf die Gold-Tabelle. Letzte Woche hatten wir ja von 22 Millionen auf 27 Millionen erhöht, knappe 5 Millionen plus gemacht und waren dann auf 27, irgendwas Millionen. Ich habe mir jetzt schon die Werte rausgeschrieben, die ich jetzt habe. Das sind einmal hier auf dem Main-Account noch 222 Gold und auf dem Second-Account, das wir einmal gucken, waren es, glaube ich, die 8.700.000 Gold. Also, wir haben sehr, sehr viel ausgegeben. Investitionsbedarf ist sehr hoch. Zusammengerechnet, Pi mal Daumen, 9 Millionen Gold haben wir noch. Also haben wir ausgegeben, 18 Millionen Gold, oder? Haben wir investiert die Woche. Ich hoffe, diese 18 Millionen hole ich wieder rein und ich habe auch noch ein bisschen Gewinn. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal durch und schauen erstmal hier bei dem kleineren Sümmchen rein. Hier bei den 168er-Items, packen wir die mal raus. Also hier sind schon mal knappe 300k auf der ersten Seite. Geht das Gold wieder ein bisschen hoch. Ich habe hier beim Twink tatsächlich komplett ausgeplündert. Und ihr seht, die allermeisten Items sind für die 2.500 weggegangen. Und dann ist halt immer noch ein bisschen Auktionshaus-Cut, deswegen ist es ein bisschen unter 2.500. Ab und an, seht ihr, habe ich hier was für 9.000 drin. Das ist, wenn das Item für die, also wenn das Item quasi im Auktionshaus ist, aber die Stat-Kombination nicht drin ist, dann haue ich es für 10.000 rein. Und es gibt immer wieder Leute, die lieber dann eine gewisse Stat-Kombi haben wollen und dann das Vierfache zahlen. Also das gibt es, oder ne? Ja, doch, das Vierfache ist es dann. Von dem, was ich für 2.500 drin habe, nehmen sie dann lieber das für 10k, dass sie die Stats haben. Wahrscheinlich sogar das Zehnfache, weil der andere haut ja alles für 1.000 rein. Der andere Kollege, der mir hier die Preise kaputt macht. Aber so ist es immer wieder. Es gibt halt Vollidioten in dem Sinne im Markt, die da halt einfach nur Masse verkaufen wollen und da nicht auf den Markt an sich schauen, beziehungsweise darauf schauen, dass sie wesentlich mehr Gold machen können. Ich habe ja am Anfang der Expansion die Sachen für 20k verkauft. Und da habe ich richtig Gewinn gemacht tatsächlich. Gut, damit haben wir alles rausgenommen. Wir haben jetzt hier knappe 800.000 Gold. Das ist für eine Woche auch eine schicke Sache. Kann man sich jetzt nicht beschweren. Ich musste hier auch kaum reposten, weil ich das nur einmal am Tag reinstelle. Ich hause ja eh für fixe Preise rein. Das Unterbieten ist mir dann eh egal. Von dem her war das leicht verdientes Gold. So, jetzt kommen wir zu dem bisschen schwerer verdienten Gold. Hier muss ich natürlich ein bisschen kämpfen. 650 Auktionen haben wir verkauft. Das ist wesentlich mehr als letzte Woche. Diese Woche war ich wesentlich aktiver, konnte viel öfter reposten, viel öfter Zeug reinschmeißen. Dementsprechend haben wir mehr verkauft. Es sind aber zwischendrin auch Kleinstbeträge. Hier mal 9.000 oder auch noch viel kleinere Sachen. Das sind halt die Schneider-Geschichten oder die Rang-1-Sachen, die ich hier teilweise noch habe, die ich dann halt abverkaufe, auch für Kleinstbeträge. Hauptsache, dass der Dreck mal weg ist. Auf der Bank wird es auch langsam ein bisschen leerer, dass wir da einfach ein bisschen Platz schaffen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir hier mal rein, was wir da so drin haben. Hier sind halt alle Items drin von Schneiderei über, Moment, jetzt kann ich da mal kurz das so machen, über, ja, Schmiedekunst, Lederer, die ganzen Legendaries. Nur die Ringe habe ich leider immer noch nicht dabei. Ich bin noch nicht dazu gekommen, meine Twinks noch hochzuballern. Also hier vielleicht dann auch noch auf Juve einzusteigen. Da wird es ja auch nochmal Legendary Items geben. Aber dann müsste man die halt auch auf Max-Level hochleveln. Und da ist halt so ein bisschen das Problem, dass es halt tatsächlich ein bisschen Zeit dauert, so ein Char komplett hochzuleveln und dann Torgast noch zu machen, dass man die Legendary Rezepte hat, ist halt schon mal 10 Stunden plus Aufwand. Noch bin ich mit anderen Sachen zu sehr beschäftigt, unter anderem meinen ganzen Collectibles und dann so Stuff wie noch M Plus und anderes Gedöns. Okay, jetzt haben wir hier schon das erste Gold Cap durch. Wir haben noch 443 Items drin. Dann würde ich sagen, schicken wir das einmal rüber. Schicke ich das mal auf Main, oder? Hier zu dem. Was hat denn der jetzt in der Tasche? Der hat jetzt 800 irgendwas in der Tasche. Dann schicken wir dem 9.100.000, hätte ich gesagt. 9.100.000. Fassen, Täler, richtiger Char. Okay. Und dann machen wir den Postkasten hier weiter auf. Können hier nochmal reingucken. Also ihr seht, zwischendrin sind auch so Kleinbeträge drin, mal 1000 Gold, mal 700. Also diese, vor allem die Rang 1 Stoffsachen, die sind halt nichts wert. Und die werden halt über eine lange Zeit nichts wert sein. Ich habe mir schon gelegt, ob ich das alles jetzt ewig auf die Bank lege, aber ich glaube, das wird auch nichts bringen. Die Preise werden nicht hochgehen. Es gibt immer Leute, die da groß was skillen und das einfach nur ins Auktionshaus rein dumpen. Dann versuche ich es jetzt einfach loszuwerden. Und gut ist, das ist jetzt so ein bisschen mein Plan. So, wir müssen jetzt bei dem auch wieder einmal komplett auf Cap hoch machen und dann, glaube ich, noch einmal eine halbe Million wegschicken und dann sind wir auf jeden Fall im Plus-Bereich. Hier rattert es dann wieder so ein bisschen rein. Ich habe leider das mit dem Ardenwald erst ein bisschen später in der Woche gesehen. Also hätte ich das ein bisschen früher noch rausbekommen, dann hätte ich da noch ein bisschen mehr Gold quasi Plus machen können. Ich crafte auch nur das, wo ich auch Plus mache, aber wenn man dann pro Item nochmal 25 Gold sparen kann und man braucht teilweise 30, 40, 50, 60 pro Item, dann kommt da natürlich schon ein bisschen was zusammen. So, jetzt haben wir das nächste Gold Cap. 200 Items haben wir noch knapp. Dann muss ich jetzt mal schauen. Ich habe bei dem einen Twink ein bisschen was abgezwackt. Ich habe das auf dem... Der hat jetzt hier 600... Ne, 3 Millionen hat der noch rumliegen. Dann schicken wir dem mal... Schicken wir dem rüber 6, 7... Ich schicke dem mal 6,5 rüber. Oder machen wir den Char... Ist ja egal. Schicken wir dem 6 Millionen rüber. Schauen wir mal. Das sind 6 Millionen. Tela, das muss ich nicht falsch machen. Juti. Dann nehmen wir das restliche raus und dann können wir am Ende zusammenzählen, wie es aussieht. Das Gute ist, was ich sagen muss, die Matts wären gerade wesentlich günstiger. Also das Leder ist gut runtergegangen. Teilweise habe ich es jetzt für knapp über 1000 Gold kaufen können. Die Erze gehen langsam alle so ein bisschen runter. Also du merkst es schon, dass es abflacht. Zwischendrin springt das Leder immer wieder ein bisschen hoch. Also wir sind dann teilweise 1100, 1200, 1300. Geht das Leder... Es schwankt schon noch ein bisschen. Aber es ist wesentlich konstanter und niedriger als vor ein, zwei Wochen. Da waren wir ja im Schnitt bei 2000 Gold pro Leder. Das waren dann noch ganz andere Geschichten. Okay, jetzt sind wir nochmal am Gold Cap. 1,5 Millionen haben wir noch drin. Was mache ich denn jetzt? Jetzt müssen wir mal überlegen. Was haben wir dem rübergeschickt? 6 Millionen, ne? Dem können wir aber noch knapp eine Million rüber schicken. Dann schicke ich dem 900.000 nochmal rüber. 900.000. Und dann muss ich halt noch einen Char oder so anfangen, wo wir dann den Rest noch reinpacken. Oder eventuell auf dem Main noch. Ich glaube, wir müssten Plus gemacht haben, oder? Müssten jetzt drei Chars am Gold Cap sein. Also sind wir auf jeden Fall bei 30 Millionen. Und noch ein bisschen was. Also jetzt haben wir nicht riesig Plus gemacht, aber schon ein bisschen was. Muss ich mal gucken, auf wen ich jetzt noch was rüber schicken kann. Ähm, wie viel ist denn hier jetzt noch drin? 600k. Was hat denn der Main noch? Achso, bei dem kann ich jetzt erstmal das Gold rausnehmen. Ja gut, der hat jetzt nicht mehr viele Möglichkeiten. Achso, hier die Knochen. Gut. Gut, gut, gut. Der ist am Cap, der andere ist am Cap. Ja gut, da muss ich mir jetzt halt noch einen dritten Char suchen, ne? Ich habe zum Glück auf Antonidas genug Chars, dass ich mein Gold ein bisschen aufteilen kann. Ähm, jetzt müssen wir mal schauen. Dann suchen wir uns halt hier nochmal einen raus. Und zwar... Ich kann dem Mention noch was schicken. Tun wir auf dem noch was zwischenlagern. Der hat noch ein bisschen Gold. Also wie viel haben wir drin? Hier 600.000. Dann schicken wir 700.000 noch auf den Mention. Und dann müssten wir ja hinkommen. Und dann schauen wir mal am Ende, auf wie viel war dann insgesamt kommen. 700.000. Verschrieben habe ich noch auch nicht. Wunderbar. Danke dir fürs Followen. Und dann machen wir das jetzt mal so. Da müssen wir nochmal einmal ein bisschen hin und her loggen. Ach, schau mal, da wollte jemand, dass ich ihm was crafte. Das ist natürlich ein bisschen untergegangen in der ganzen... in dem ganzen, ähm, Sheet da, das ich habe. In dem ganzen Postkasten. So, jetzt können wir hier vielleicht schon mal eintragen. Also ich denke mal im Plusbereich sind wir auf jeden Fall. Ähm, aber so ein Riesenplusbetrag, haben wir tatsächlich gar nicht gemacht, glaube ich. Jetzt muss ich mal schauen. Also, wir sind im Main-Account jetzt wieder bei 10.113.000. 10.113.000. Da habe ich ja immer auch das Gold wieder rübergeschickt. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wie viel wir beim zweiten Account sind. Äh, zwei Goldcaps müssten ja drüben sein. Heißt, ähm, 20 Millionen haben wir auf jeden Fall. Eventuell noch ein... Obwohl, ich habe doch noch auf den anderen Servern drei oder vier Millionen Gold. Dann müssten wir ja doch ganz gut Plus gemacht haben, oder? Jetzt muss ich mal kurz durchgucken. Vielleicht habe ich jetzt das ein bisschen übersehen. Ähm, wenn ich auf dem einen Shire noch mal 6 Millionen und dann noch mal 800.000 oder 900.000 rübergeschickt habe. Vielleicht haben wir doch mehr... Weil ich dachte mir jetzt, jetzt sind wir knapp über 30 Millionen auf Antonidas, ne? Dann hätte ich so 3 Millionen Plus gemacht, was jetzt okay, ne? Beschwer ich mich jetzt nicht, aber was jetzt so für die Verhältnisse von letzten Zeiten nicht so krass viel ist. Ach, eigentlich müsste ich den hier auch noch ausleeren, ne? Aber das machen wir jetzt nicht. Das ist zu viel Crap-Zeug. Okay, jetzt hat der noch mal Cap. Dann habe ich ja noch mal... Ja, stimmt. Ich hatte... Ja, dann habe ich noch auf den anderen ein bisschen rübergeschickt. Gut, hier wäre jetzt auch noch mal irgendwie so Zeug drin, aber... Ähm, ja. Das... Da würde jetzt zu lange dauern, bis wir das ausgeleert haben, würde ich sagen. Wo habe ich jetzt noch was hingeschickt? Zu dem hier, ne? Zu dem Hexenmeister. Loggen wir da noch mal um. Aber dann war da schon mal noch mal äh, 23 Millionen drin. Jetzt, wenn wir den Hexenmeister haben, dann sind wir etwa bei 24, die wir da plus haben. Dann sind wir bei... Bei... Wahrscheinlich so 34. Dann haben wir doch ganz gut plus gemacht, würde ich sagen. Dann sind es ja doch 6, vielleicht sogar 7 Millionen plus, was ja gar nicht so verkehrt wäre. Aber die Woche war halt besser. Letzte Woche, ne? Wo wir die 5 Millionen plus gemacht haben, war halt jetzt nicht so eine ganz gute Woche. Mich überrascht es aber tatsächlich, dass immer noch so gut das Zeug gekauft wird, ne? Also anscheinend, ähm, basteln sich viele Legendary 2 und 3, beziehungsweise, also das zweite und dritte Legendary und viele auch verschiedene Stufen oder auch mit Twings, ne? Weil 650 Verkäufe ist schon einiges tatsächlich. Ähm, komplett nur an Legendary Items. Ach stimmt, den Hexer habe ich auch schon hierher gespielt. Was hat denn der für Berufe? Den müsste ich auch mal leveln. Inschriftenkunde und Alchi hätte der. Die würde ich halt beide noch brauchen. Der ist, der ist Stufe, naja, Stufe 50. Fast 51. Ja gut. Ich glaube, wenn ich jetzt mal die nächsten Tage mit meinem ganzen Zeug fertig bin, dann muss ich mich mal hinhocken und zu 4, 5 Chars hochleveln, ne? Dass ich die Berufe habe und dass ich da ein bisschen was weitermachen kann. Oh, hier laufen Sachen aus. Schau mal, da habe ich mir anscheinend irgendwas rübergeschickt. Äh, das nehmen wir jetzt auch mal alles raus hier. Und dann das Gold. Nochmal, ach, 700k habe ich mir gesteckt. Okay, dann sind wir jetzt bei 24.590.000. 24.590.000. Dann haben wir overall jetzt auf 34.700.000 gepusht. 7,3 Millionen haben wir plus gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Kann man nicht motzen. Dann, jetzt ist hier quasi Woche 8 vom Add-on und gestartet habe ich in Woche 3, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Also ich habe quasi in 5 Wochen von 1,4 Millionen auf 34 Millionen hochgepusht. Weiß ich nicht. Es gibt Leute, die machen mehr Gold als ich, ne? Aber ich mache ja nicht nur Gold, sondern ich fahre mir auch Achievements und andere Geschichten. Ich glaube, ich bin unter World Top 20 Achievements und habe nebenbei so ein bisschen Gold gemacht. Also für das ist es auf jeden Fall, denke ich mal, nicht so schlecht. Okay, gut, das war es eigentlich soweit. Ich werde jetzt wieder ein bisschen nachcraften und dann schauen wir mal, was wir dann nächste Woche verkauft haben. Ich hoffe, das geht so weiter mit dem Gold, mit den Legendaries vor allem, dass mir da keiner den Markt verkackt und dass wir da mal, ja, mein Ziel ist erstmal so ein bisschen auf 50 Millionen zu kommen, ne? und dann schauen wir mal, vielleicht kaufen wir uns dann mal wieder irgendwas Interessantes tatsächlich. Gut, ich verabschiede mich jetzt fürs Video an der Stelle. In der nächsten Woche gibt es dann wieder ein neues Update und sonst gibt es halt auch andere Achievement Collectible Videos die Tage. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne reinschauen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja, 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 ja.